Wir sind ein bisschen nahe! Wow! Ihr seid echt hässlich! Ihr seid so ne Fuckzombes, ey! Oh yeah! Ich komm wieder angekrabbeln! Yeah! Ich bin so hässlich! Oh Gott! Noch mehr! Kommen alle aus ihrem Mülltonnen? Kommt noch mehr? Ja! Das war noch nicht alles! Schrot für der! Ich bin doch irgendwie ein bisschen bekloppt, oder? Ich glaub wir ziehen uns mal lieber zurück! Zack! Gibt es hier noch irgendwas, wovon ich wissen sollte? Okay! Anscheinend hab ich jetzt endlich mal Gregi! Ja, Gregi find ich gut! Ähm! Verpiss dich! Boah! Das war auch gar nicht übertrieben! Okay! Zack! Zack! Haben wir überlebt? Oder nicht? Also ich bin ziemlich lebendig! Wer bist du denn? Du interessierst mich auch nicht mehr! Haben wir jetzt endlich mal Gefahr? Ist die Gefahr jetzt endlich mal weg hier? Und was macht der dort ganz alleine? Ähm! Ey Kollege! Wow! Das war klapp' Zack! Wapp! Was?! Punkzombie! Ich bin hässlich! Hm! D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-Pongzombies! Über diese blöden, schwulen Zombies. Wo kommt ihr eigentlich auf einmal alle her? Boah, Alter, ihr seht gleich schon. Ich hab gar keine Munition mehr. Nein. Und jetzt hat super Maschinengewehr nur noch als Munition. Alter, gleich war es das für mich. Gleich bin ich so tot, weil ich einfach keine Munition mehr hab. Hier muss doch noch mehr Munition da rumliegen. Verdammt. Nee, haben sie nicht für mich. Außer hier. Hier ist Munition. Und zwar ziemlich viel Schrot in Munition. Und auch für die Magnum ist hier was. Magnum sag ich schon. Doch, es ist ja an sich eine Magnum. Oder nicht? Okay, Schrotflinte. Hab ich wieder. Zack. 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 Ja. Ich kann wieder rumballern. Sterb. Sterb. Nein, du bist nicht gestorben. Sterb. Zack. Zack. Yeah, verdammt. Oh, da kommt noch ein Kumpel. Oh, nein. Das geht doch einfach mal. Sterb. Geht sterb. Also, sie gehen ja auch echt sterben. Von daher ist es auch gar nicht so schlimm. Oh, Gott. Und daher könnt ihr jetzt nach Hause gehen. Gut. Ey, Leute. Geht mir auch gar nicht auf die Nerven oder so, ne? Ah. Ihr seid hässlich. Nein. Ihr seid alle so verdammt krank. Okay. Antein hab ich noch ein bisschen Munition für das Scheißgewehr. Aber ich hab doch irgendwo noch mehr Schrotflinte Munition gesehen. Egal. Nehmen wir erst mal die Pistole. Ja, dreh durch. Okay. Anscheinend wäre das ne Doppel-Episode. Was soll's? Dann haben wir heute zwei Folgen von Bette live. Das ist nochmal was Schönes. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Aua. Ihr habt mich da angezombiet. Achso, so ein kleiner. Gut. Auch nicht schlecht. Jetzt geht doch mal gut. Bin ich ja eigentlich jetzt ganz alleine schon? Oh Gott. Stirb. Nein. Stirb. Ähm. Es kommen einfach immer mehr und mehr, oder? Kann das sein? Ich glaube, ich fliehe jetzt. Hat ja alles keinen Sinn mehr. Ich glaube, ich bin nicht mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ich habe keine Ahnung, dass du hier nicht bleiben sollst. Also folge mich weiter, okay? Okay, keine Ahnung. Scheiße, wollt verarscht? Oder sowas? Oh gut. Wir gehen weiter. Und wir sehen viele lustige Zombies. Gut. Ey, euch erschlag ich jetzt mal. Ich muss Munition sparen. Tut mir echt leid, dass ich euch auf so eine brutale Weise umbringen muss. Scheiße. Einmal wieder ein bisschen Lebenspunkte. Das sind wahrscheinlich meine Verbündeten. So, hier einmal heilen. Auch einmal meinen Fuß. Weil die haben ja meinen Fuß schon wieder fast abgeschlagen. Die blöden Mistviecher. Äh. Okay. Da kommt anscheinend nichts mehr. Aber es sieht noch sehr nach Strom aus. Ey, wo kommst du denn her? Egal. Ich verklopfe dich einfach mit meinem super tollen Teil. Hier, du hast dich selber gar mit diesen Dinger schlagen. Du bist nicht gerade sehr intelligent. Was? Ach, du stehst noch auf. Sag das doch mal. Sag mir doch einfach, dass du noch sterben willst. Okay. Heftig. Knopf aus, bitte. Oh nein. Jetzt ist alles aus, oder? Ja, ja. Das Spiel kann ich ja schon. Einfach das ganze Licht ausknipsen. Ähm. Blblblblblblblblbl. Jetzt kann ich wenigstens hier durch. Gut. Ja, Zombie. Oh, wow. Ja, komm aus dem Dunkeln. Hu, hu, hu. Ich hab mich voll erschreckt, ey. Ich kann's nicht glauben. Ich verklopfe jetzt die Zombies nur noch mit dem. Okay. Jetzt seh ich was. Komm, steht auf. Ja, klopp, klopp. Und dich klopp ich auch tot. Okay, gleich seh ich nix mehr. Ich seh nichts. Verdammt. Mist sicher. Ich hasse euch. Mann, das ist... Ich hab Angst vor euch im Dunkeln. Verständlich, oder? Ist das nicht verständlich? Äh. Wo seid ihr? Jetzt kommt anscheinend keine... N-n-n-n-n-n-ne. Keine neuen Monster mehr. Monsterzombies. Und? Ich hör sie doch schon hier durchkommen. Ach du Scheiße. Okay. Wir erfüllen einfach mal das, was ihr machen sollt. Machen wir das Ding hier auf. Hallo. Wie geht es euch? Ja, kloppen extrem. Nein, nicht fichtiger kloppen. Stirb, stirb hier zuerst. Ja, super Zombie-Battle hier. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Ja, einer ist tot. Du auch. Yeah, geil. Okay, jetzt können wir das Ding wieder aufmachen. Hoffentlich jetzt, ohne dass wir getötet werden. Das dürfte ja gar nicht so langsam gehen. Bist du jetzt nur zu? Okay, durch hier. Ich muss hier raus. Und wenn wir das schleusen und die Tür zu öffnen. Okay. Ähm, ich brauche einmal einen Stuhl. Ja, okay. Ich soll mir hier eine kleine Pyramide bauen. Ich gehe einfach auf den Stuhl rauf. Ich als Zombie-Survival-List kenne mich mit so welchen Sachen gut aus. Ähm, so. Wo bin ich hier? Was ist hier los? Ich will hier weiter. Also, wir sind voller Zombies hier. Und, ey. Kann ich das Ding wenigstens kaputt machen jetzt? Ja, gut. Dann kann ich das ja jetzt aufmachen, oder? Ja. Sehr schön. So, mehr Zombies. So, wir stehen im Mund. Oh. Ich habe was gefunden. Ich sehe nichts. Aber ich habe was gefunden. Ähm. Wo muss ich dafür denn jetzt lang? Ich sehe nichts. Äh. Einfach hier so mitnehmen. Einfach so reinquetschen irgendwie. Ach, das muss doch irgendwie gehen. Ich sehe nichts. Ich sehe wenig bis gar nichts. Ich muss aber hier irgendwie durchkommen. Mit Sicht. Okay. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ja. Sieht gut aus. Jetzt drehen. Oh, Alter. Ist das ein Akt hier. Oh Gott. Ähm. So. Bis dran. Jetzt kann ich das nächste Tor öffnen. So. Was ist denn mit deiner Drehfunktion los? So. Schau, wie viel Scheiße es machen, Zombies mit diesem blöden Ding hier zu kloppen. Ja. Ich wusste es. Ihr seid alle da. Ja. Oh, die Klozombies. Verdammt. Ach, du Scheiße. Nein, 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 nein. Ah. Sterb. Wo ist meine Schrotfelde? Ja. Ja. Oh Gott. Und ich habe noch mehr Munition dabei, auch wenn ihr es nicht dachtet. Ich wusste es ja nicht mal selber. Da sterben. Wow. Ich glaube, ich habe meine ganze Munition hier gerade bei diesem dämlichen Kampf verballert. Naja. Gut. Auf die Idee sollen wir erstmal kommen. Ja, sperrt Holz im Weg. So. Zombies? Nein. Hier nochmal. Zombies. Wow, das ist ja einer. Oh Gott. Oh Mann. Es tut das not. Ich habe Wichs gefunden. Wichs und Schrotflinten-Munition. Von allen etwas. Boah, ich finde echt von allen etwas heftig. Und die ich nehme ich auch nochmal. Irgendwie muss man die ganz komisch aufnehmen, damit man sie mitnimmt. Diese Zeitluben-Dinger. Aber gut. Erstmal mal eine ganze Munition hier begutachten. Ah, okay. Ich habe auf jeden Fall von jedem erstmal wieder etwas. Trotzdem kämpfe ich erst einmal mit einem blöden Dings hier weiter. Oh, eine Tür. Türen sind immer vielversprechend. Wie viel wollen wir wetten, dass der tot ist? Oder nicht tot ist? Das finden wir dann nächstes Mal raus bei Get Alive. Ist dieser Zombie tot oder nicht? Bis zum nächsten Mal. Bleh... Bleh.